Hallo Leute, schönen guten Tag. Also, ich bin hier bei Digital Future Congress in Bochum und hier habe ich den Veranstalter, der Michael. Hallo Michael. Hallo, ich grüße dich. Schön, mit dir die kleine Runde zu gehen. Ja, lass uns mal gucken, wie es da draußen aussieht oder beziehungsweise den Leuten auf LinkedIn mal zu sagen, hier entsteht Digitalisierung, hier entsteht IT. Auf jeden Fall. Ja, und Security und mal gucken. Genau. Wie ist das hier entstanden? Was war deine Idee? Also, die Idee ist auf jeden Fall mittelständische Unternehmen heranzuführen an das Thema Digitalisierung. Es ist ein Megathema. Viele mittelständische Unternehmen haben auch im Moment ganz andere Sorgen, aber ich halte das Thema Digitalisierung für eines der absolut super wichtigsten Themen, um Wachstum zu finden. Ja, Michael, du siehst hier auch sehr viele Aussteller. Ja. Und du hast gerade gesagt, wann hast du angefangen? Ja, wir haben 2012 mit der Messe angefangen. Das erste Mal in Darmstadt. Und ja, jetzt ist die Messe hier in Bochum. Dieses Jahr haben wir drei Veranstaltungen dieser Art gemacht. Messe Frankfurt, München und Bochum. Und nächstes Jahr schalten wir um auf virtuelle Veranstaltungen. Ah, apropos virtuell. Genau. Da sehe ich gerade auch den Matthias. Danke. Hallo Matthias, grüß dich. Ja, hallo. Grüß dich. Na, keinmal. Wie läuft es bei dir? Also, was hast du heute erst entdeckt und was hast du gemacht? Und wie läuft die Messe so ab? Ja, also auf jeden Fall vielseitig. Man hat die Qual der Wahl mit Vorträgen eben auf verschiedenen Bühnen. So können sich dann eben vor allem mittelständische Unternehmer informieren über die neuesten Digitaltrends. Und ich kenne Michael schon seit 2012, seit seiner ersten Messe und freue mich eben auch darüber, dass er ein neues Projekt an den Start gebracht hat, wo er die ganzen Kontakte Silicon Valley Europe genutzt haben. Ja, genau. Nutzt. Ja. Und Matthias ist einer unserer Kommt, wir gehen mal ein bisschen weiter. Ja. Und wird uns sozusagen bei diesem Projekt auch unterstützen. Matthias ist ein Netzwerker par excellence, kennt sehr, sehr viele Leute und ja, ich sage mal, ein Netzwerk funktioniert nur mit vielen Leuten. Und ja, Matthias, erzähl mir nochmal zwei Sätze zu dir. Ja, also ich bin Freelancer im Bereich Marketing und Vertrieb. Das ist von USP, dass ich eben diese Bereiche verbinde und mit der zunehmenden Digitalisierung wachsen immer weiter zusammen. Und zum Netzwerk einfach. Ich habe eben auch ein Netzwerk aus hervorragenden Partnern für die verschiedenen digitalen Themen, weil dieses Wissen kann eine Person gar nicht so in sich vereinigen. Definitiv. Absolut. Absolut. Und das ist einfach wichtig, ich sage mal, mittelständische Unternehmen und gleichzeitig auch IT-Anbieter sozusagen in ihrer individuellen Situation zu unterstützen und dort weiterzubringen. Das ist eigentlich der Ansatz, den sie wirklich in der Welt tut. Also es gibt viele Organisationen, die auch politische Themen nach vorne schieben. Das wollen wir im ersten Ansatz gar nicht, sondern uns geht es wirklich darum, ja, Unternehmen zu fördern in dem augenblicklichen Status, in dem sie stehen. Ganz genau. Aber heute ist ja das Hauptthema IT-Security. Ein Thema IT-Security. Es gibt ja insgesamt vier Bühnen und eine Bühne beschäftigt sich mit dem Thema IT-Security. Und andere Themen beschäftigen sich aber auch mit anderen Themen, mit Prozessoptimierung, mit strategischen Elementen von IT und so weiter. Also es ist sehr individuell auch und wird angepasst oder jeder kann sich sein individuelles Programm selbst zusammenstellen. Wunderbar. Jetzt gebe ich dem Matthias noch eine Minute zum Pitchen, zu dem nächsten Jahr, was da passiert und dann verabschieden wir uns mal von den Gästen. Ja. Also ich weiß jetzt ja nicht, was schon gesprochen ist. Also es geht eben darum, dass wir das neue Projekt eben mit dem Silicon Valley Europe eben voranbringen, um eben die deutschen Unternehmen zu befähigen, ins Ausland zu expandieren und sie zu unterstützen eben bei Fragestellungen wie Mitarbeitergewinnung, KI und was eben alles so die heißen Punkte sind. Also das wird das große Thema während 2024. Genau. Und ja, mit den Kongressen läuft es weiter auf digitale Präsenz. Es wird sich gut zeigen. Ihr habt es gehört, meine Damen und Herren, Machine Learning ist wieder am Ankommen. Wir haben angefangen und 2024 wird das noch ein riesengroßes Ball werden, von einem Tennisball zum Basketball oder Medizinball, sage ich jetzt mal. Und wir sind gespannt auf euer Erfolg und definitiv werden wir nochmal darüber berechnen. Super gerne. Okay, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017